Hallo Soccer Kids, das war heute der letzte Tag im Aktivitäten bei uns im Fußballcamp, das hat mir richtig viel Spaß gemacht mit euch zu arbeiten und ich würde mich freuen, wieder euch zu sehen im nächsten kleinen Osterfehlern und dafür haben wir euch natürlich wieder was zusammengeschnitten und mit den ganzen Aktivitäten wieder zusammen gemacht. Viel Spaß dabei und wir sehen uns bald. Tschüss! Musik 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 Musik